Schaut euch das... Nein, Mann! Ich muss sagen, das unbedingt an. Schaut euch das unbedingt an. So wenig wie möglich. Es bringt nichts mehr. Weil ich alles verfalte. Da muss mindestens noch mal zwei Schichten drüber. Jetzt gucken wir uns den Nächsten an. Aleksandr Inovski, der serbische Krieger. Auch bekannt als Beton. Boah, stark. Konzentrierst du dir. Winterdeppi. Mein Name ist Philipp Lienhardt. Ich spiele beim SC Freiburg und bin Innenverteidiger. Er zieht an als Trainer. Diszipliniert, ehrgeizig, mannschaftsdienlich, fokussiert und aggressiv. Da gibt's schlechtere wahrscheinlich. Ich wünsche mir ein Bild in schwarz-weiß und drumherum im Rahmen so ein rot-schwarz. Probieren. Ja. Am meisten tut mir diese Sublinien leid. Weil die muss die ganze Seite hin und her rennen. Dann muss die ganze Seite so die Bälle rungen. Ja, also ich stehe hier gerade mit Celina. Sie hat, glaub, einen guten Job gemacht. Wie war's aus deiner Sicht mit dem Bälle holen? Ja, super anstrengend. Da hat echt Spaß gemacht. Schon sagen, Respekt für die sportliche Leistung. Also, für euch Spieler muss ja alles parat sein. Von mir bleibt nicht viel zu sagen. Ich wollte nur noch mal ein riesen Dankeschön sagen. Ja! Hey, SFN. Thanks for your support. See you soon. Bye.